Keine Benachrichtigungen bei WhatsApp? So lösen Sie das Problem. Benachrichtigungen für WhatsApp auf Android aktivieren. Tippen Sie in den Einstellungen Ihres Android-Geräts auf Apps und suchen Sie dort nach WhatsApp. Überprüfen Sie in den WhatsApp-Einstellungen, ob unter Benachrichtigungen die Option Zugelassen steht. Falls dort gesperrt stehen sollte, tippen Sie darauf und aktivieren Sie den Schalter neben Benachrichtigungen zulassen. Benachrichtigungen für WhatsApp auf iOS aktivieren. Gehen Sie in die Einstellungen und tippen Sie hier auf Mitteilungen. In der App-Liste scrollen Sie nach unten und tippen auf WhatsApp. Kontrollieren Sie, ob der Schalter neben Mitteilungen erlauben aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie ihn. Bis zum nächsten Mal.